Ganz Japan ist randvoll mit Misstrauen, seit in Fukushima die Atomreaktoren explodierten und die Betreiberfirma TEPCO die Lage konsequent verharmloste. Wie also geht nun die gefährliche Bergung der geschmolzenen Brennstäbe voran? Arbeiter aus Fukushima haben sich jetzt an unsere Kollegen vom ZDF-Studio in Tokio gewendet. Die vielfach Helden, genannten Aufräumer, berichten über schlimme Arbeitsbedingungen und sind ahnungslos, welcher Strahlung sie dort tatsächlich ausgesetzt sind. Auch wenn die Atomkatastrophe aus dem Blickfeld der meisten ziemlich verschwunden ist, für alle, die dort arbeiten, dauert sie an, berichten Johannes Harnow und Martin Niesen. Wir sind unterwegs Richtung Sperrzone. Noch sind es etwa 30 Kilometer bis zur Ruine des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Die Dörfer hier sind nahezu ausgestorben. Wir sind in der Evakuierungszone. Schulen, an denen es schon lange kein Unterricht mehr gibt. Kinder und Lehrer auf andere Schulen verteilt. Überall verwilderte Reisfelder und verlassene Ställe. Und dann liegt es da auf einmal vor uns, das sogenannte J-Village. Einst war es das Trainings- und Erholungszentrum der japanischen Fußballliga. Seit der Dreifachkatastrophe vom 11. März dient es als Dreh- und Angelpunkt zur Rettung des Atomkraftwerks. Es liegt direkt an der 20 Kilometer Sperrzone. Unbefugten ist das Betreten verboten. Hierher ziehen sich die Arbeiter nach einem Einsatz im Atomkraftwerk zurück. Durch einen Nebeneingang gelangen wir unerkannt auf das Gelände, drehen heimlich. Denn Journalisten sind hier nicht gern gesehen. Auf Umwegen geht es dann weiter in das 20 Kilometer Sperrgebiet hinein. Wir treffen uns dort verdeckt mit drei Arbeitern, die uns Informationen über die teils menschenverachtenden Arbeitsbedingungen geben wollen. Die aber aus Angst vor Repressalien nicht erkannt werden möchten. Hier in der Gegend gibt es praktisch keine Arbeit mehr. Jetzt arbeite ich halt quasi für Tepco. Wenn es rauskommt, dass ich euch Informationen weitergebe, dann habe ich keine Arbeit mehr und kein Einkommen. Dann kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Ganz offensichtlich fürchten Tepco und seine Subunternehmer nichts mehr als Offenheit. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf einen Vertrag, der es den Arbeitern verbietet, mit Journalisten zu sprechen. Wörtlich heißt es darin, Zitat, Und weiter heißt es, Arbeiter berichten uns über die Zustände und Arbeitsbedingungen in der Atomruine. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen sie zum Schweigen bringen wollen. Immer wieder werden auf dem Gelände neue Hotspots entdeckt, also Orte mit extrem hoher Strahlung. Meist aber würden sie davon erst später aus dem Fernsehen erfahren, erzählen sie uns. So, als Anfang August an einem Rohr die absolut tödliche Dosis von 10 Sievert gemessen wurde. Wir wissen nicht, wo die No-Go-Zonen sind, wo es wirklich gefährlich ist. Bei den Arbeitsbesprechungen sagen sie uns ein bisschen, aber es gibt keine verlässliche Erklärung, wo wir nicht hinein dürfen. Und es gibt auch keine eindeutigen Absperrungen. Radioaktivität aber ist nicht zu sehen, nicht zu spüren und für die Betroffenen oft nicht einmal zu messen. Mit meinem Messgerät kann man nur in Mikrosievert messen. Aber wenn man ans Reaktorgebäude 1 geht, dann zeigt es Error an. Das heißt, es kann dort nicht mehr messen. Solche Zahlen sind herausgekommen. Zahlen, die so hoch waren, dass sie nicht mehr gemessen werden konnten. Auch wenn Tepco an den am stärksten verstrahlten Orten Roboter einsetzt, die Arbeiten an der Atomruine seien ein Himmelfahrtskommando, warnen Strahlenexperten. Die Arbeiter dort werden extrem hohen Dosen ausgesetzt. Allein durch die externe Strahlungsbelastung. Wenn man die interne, also durch Einatmen, Essen oder Trinken hinzunimmt, ist die Belastung noch viel höher. Und neulich wurden dort Werte von 10 Sievert pro Stunde festgestellt. Man muss sagen, mindestens 10 Sievert, denn weiter ging die Anzeige der Messgeräte nicht. Die für Menschen absolut tödliche Dosis aber liegt bei 7 bis 8 Sievert. Doch schon die sehr viel niedrigeren Strahlendosen, der die Arbeiter in dem zerstörten Atomkraftwerk dauernd ausgesetzt sind, könnten erhebliche Gesundheitsschäden noch in den nachfolgenden Generationen auslösen. Wenn die männlichen Hoden starker Strahlung ausgesetzt sind, kann das bei den Nachkommen genetische Defekte hervorrufen. Das können Missbildungen der Gliedmassen sein, Finger, die aus der Schulter wachsen etwa. Es kann zu Anomalien des zentralen Nervensystems und des Gehirns kommen, zu geistiger Unterentwicklung. Die Arbeiter sehen sich selbst in einer ausweglosen Lage, zerrissen von Angst, Angst vor Strahlung, Angst arbeitslos zu werden und der Angst vor Tepco. Zwei von ihnen wollen nur in unserem Studium mit uns sprechen, weit entfernt vom Atomkraftwerk. Ich habe große Angst. Was ist, wenn ich in 10 oder 20 Jahren, wenn die höchsten Ausgaben für meine Familie anstehen, krank würde und meine Familie nicht mehr versorgen könnte? Darüber denke ich sehr viel nach. Ob meine Kinder wohl gänzlich gesund auf die Welt kommen, darüber mache ich mir auch große Sorgen. Solche Sorgen aber seien völlig unbegründet. Das zumindest behauptete schon kurz nach dem Atomunglück der für Gesundheitsüberwachung zuständige Berater der Präfektur Fukushima auf einer Informationsveranstaltung. Der Mann ist hochdekorierter Mediziner und er meint es tatsächlich ernst. Diejenigen, die lächeln, werden keine Strahlenschäden erleiden, nur jene, die sich dauernd Sorgen machen. Gut, das hier ist kein Tierversuch. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie der Situation entgegentreten, so misslich sie auch ist, dann wird die Strahlung Sie nicht beeinflussen. Unter 100 Mikrosiwert pro Stunde besteht für die Gesundheit sowieso keine Gefahr. 100 Mikrosiwert die Stunde, das wären 876 Millisiewert im Jahr. Die Dosis für Arbeiter in einem deutschen Atomkraftwerk liegt bei 400 Millisiewert im ganzen Leben. Die Offiziellen in Japan aber reden die Gefahr weiter klein. Sie halten es nicht für notwendig, die Arbeiter angemessen zu bezahlen. Arbeiter, die sich jeden Tag der Strahlung aussetzen. Unsere Kontaktleute zeigen uns ihren Vertrag mit einem Subunternehmer. Für umgerechnet 80 bis 100 Euro pro Tag arbeiten sie in der Atomruine. Eine Gefahrenzulage ist an Bedingungen geknüpft. Wollen Sie eine Gefahrenzulage, fragen Sie. Wenn ja, dann unterschreiben Sie bitte. Uns bleibt nichts anderes übrig, denn natürlich wollen wir die Gefahrenzulage von bis zu 10 Euro die Stunde. Aber wenn man das unterschreibt, unterschreibt man, dass man den Auftraggeber nicht verklagt, wenn man später krank wird. Wir wollen von Tepco, der Zentrale in Tokio, wissen, ob all diese Vorwürfe stimmen. Ein Sprecher des Energieriesen wäscht seine Hände in Unschuld. Er habe gehört, sagt er, dass die Arbeiter vor Ort über die Gefahren aufgeklärt würden. Und die Verträge, die gingen Tepco nichts an. Wir wissen nicht, was in den Verträgen steht, denn die werden von unseren Subunternehmern mit ihren Arbeitern direkt abgeschlossen. Ob sich Tepco als Auftraggeber denn überhaupt nicht verantwortlich fühlen würde für die Arbeiter, die ihre Atomruine aufräumen wollen, wir wissen. Es tut mir leid, ich kenne die Verträge nicht, ich will deswegen dazu auch keinen Kommentar abgeben. Arbeiter, die für einen Hungerlohn die gefährliche Drecksarbeit in der Atomruine machen. Ein Auftraggeber, der sich aus der Verantwortung stiehlt. Und Mediziner, die Lächeln als Schutz vor Strahlenschäden empfehlen. Menschenverachtung auf Japanisch. Seit dem Atomunglück haben bereits rund 18.000 Arbeiter in Fukushima geholfen, die Katastrophe zu bewältigen. Die meisten wurden von Subunternehmen und Zeitarbeitsfirmen zum AKW geschickt.